Ich weiß gar nicht mehr, in welche Kamera ich gucken muss. So meine Freunde, grüßt euch. Neues Video heute hier auf unserem Kanal. Freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es mal, zur Trauer von vielen, kein Transfer-News-Video. Es haben sich viele gewünscht, dass wir doch mal kurz über die Nationalmannschaft sprechen. Und vor allem eben auch Hansi Flick. Das machen wir damit heute auch. Und dafür gibt es dann morgen wieder eine XXL-Version der Transfer-News. Wir haben ja sowieso noch den coolen Talk mit Arne von gestern online. Solltet ihr euch auf jeden Fall abchecken. Da lernt man auf jeden Fall noch mal einiges dazu. Und es ist auch interessante Einblicke noch mal gegeben. Und ja, in diesem Sinne würde ich an Nico übergeben. Und dann gehen wir auch gleich ins Thema rein. Ja, erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Checkt den Talk unbedingt gerne nochmal ab. Däumchen da oben da lassen, ein Abo da lassen. Und ihr könnt ja schon mal reinschreiben, was eure grundsätzliche Meinung zur deutschen Nationalmannschaft aktuell ist. Würde ich mal so sagen. Also die Nationalmannschaft ist so, ich habe mir gestern nochmal die, weil wir haben ja gestreamt zu der Uhrzeit. Ein Glück, habe ich mir das nicht angeguckt. Und dann habe ich mir nochmal die 10-Minuten-Zusammenfassung angeschaut. Von, ich glaube, es war RTL oder so. Es war wirklich, es war, selbst diese 10 Minuten kamen mir vor wie eine Stunde. Es war so anstrengend zu gucken. Ich glaube, Deutschland hatte am Ende vier Abschlüsse oder so. Und wurde auch wieder völlig überrannt. Individuelle Fehler natürlich, Ballverluste und so weiter. Aber auch wieder das, was wir gestern ja schon gesagt haben, dass du überhaupt nicht ansatzweise das Gefühl hast, dass da irgendeiner richtig Bock hat oder alles reinwirft oder sich dagegen stemmt. Außer dann, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Phil Cook ist reingekommen, hat erstmal einen weggegrätscht an der Seitenlinie. Wahrscheinlich war er der Einzige, der da irgendwie mal dachte, ey, sag mal, seid ihr alle anwesend hier? Das ist ein Länderspiel zu Hause, keiner rafft hier irgendwas. Also ganz, ganz anstrengend zu gucken. Diese Attitüde hat mir wieder überhaupt nicht gefallen. Wenigstens war Malik Chao, der sah beim zweiten Gegentor, nee, beim ersten Gegentor, glaube ich, auch nicht so gut aus. Aber war wenigstens sonst ganz in Ordnung wieder. Der hat ja letztes Spiel schon überzeugt, aber es funktioniert einfach nichts. Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch, glaube ich, das Problem, das grundsätzliche Problem. Ich glaube, ich habe vorhin mal eine Umfrage gemacht bei Instagram, was da so die Leute dann sagen, weil es gab ja auch Umfragen wegen Flick direkt. Und da kann ich ja mal ganz kurz einmal durchsagen, wie das da aktuell steht. Hier ist es. Also, die Umfrage habe ich heute Morgen gestellt und 86% sagen, Flick muss raus. 14% sagen, Flick ist der Richtige. Und das in Zahlen über 1000 Leute haben abgestimmt, Flick muss raus. Nur so nochmal als Richtwert. Die Meinung kippt, glaube ich, immer mehr. Ich weiß, dass es auch immer noch Verteidiger gibt von Flick, also die grundsätzlich sich da vorstellen. Viele sind ja auch immer so, dass die dann sagen, ey, weißt du, solange der Völler hier hintersteht, solange die Nationalmannschaft per se dahintersteht, lassen die es dann erstmal, sage ich mal, dabei. Aber, da muss man halt auch ganz klar sagen, das aktuell, also diese aktuelle Phase, die man da auch irgendwo durchlebt, das zieht sich ja schon. Also, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt gestern das erste Mal war. Das waren jetzt drei Spiele, wo du sagst, eigentlich musst du alle drei gewinnen. Wenn du sagst, du willst Sachen ausprobieren und wir sagen, ja, wir haben ja viel ausprobiert. Ich bitte euch, aber guckt euch die Spiele an, die ausprobiert worden sind. Das war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, okay, ich nehme jetzt mal eine komplett zweite Reihe mit und wir testen in den Spielen alles auf neu. Andrich zum Beispiel, der gestern auch reingeschrieben wurde, ist Adiemi, Weiser etc. pp. Wenn man diese Spieler mitglommett, um auch zum Beispiel zu sagen, okay, die Champions-League-Spieler, die sowieso eine sehr, sehr lange Saison hatten oder auch die international vertreten waren, die lassen wir zu Hause, weil wir ja eh eigentlich gerade Sommerpause haben. Ich glaube, der Zeitpunkt ist sowieso schon scheiße, also für diese Länderspiele jetzt gewesen. Aber da muss man dann auch sagen, genau diese Probleme, die haben ja die anderen Nationalmannschaften auch. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt nur Deutschland hat. Deswegen kann man sich dahinter auch nicht verstecken. Ich sage, von Grund auf muss die komplette Spielidee verändert werden. Solange die nicht verändert wird, wird sich auch nichts per se ändern, egal ob neuer Trainer oder nicht oder Transfer, ja, nein. Nein, es fängt damit an, dass wir eben weg davon kommen müssen mit dieser deutschen Dominanz, was ich gestern auch schon mal im Stream gesagt habe. Ich kann immer nur dieses Paradebeispiel nehmen von der Ukraine bei dem Spiel. Die verlieren den Ball in unserer Hälfte, sind mit vier, fünf Mann aufgerückt. Und anstatt, dass wir dann direkt in den Gegenangriff reingehen, das Spiel schnell machen, den Ball verlagern auf die Außen und dann mit Tempo nach vorne. Nein, spielen wir den Ball wirklich von links nach rechts hin und her, bis alle Ukrainer wieder in ihrer Hälfte sind, um geschlossen aufzurücken. Diese Spielidee halt komplett in die gegnerische Hälfte rein, um dann die Dominanz wieder zu haben. Ball links, rechts, links, rechts, hin, her. Aber kein Abschluss kommt am Ende dabei rum oder dann irgendwann so ein Verzweifelter, wenn du dann sagst, okay, 17. Station, jetzt wäre auch mal Zeit zu schießen. Aber sonst geht da halt gar nichts. Und solange wir bei dieser Spielidee bleiben, also diese grundsätzliche Spielidee, ist es egal, was wir für eine Formation wechseln und auch egal, was wir für Spiele ausprobieren. Weil die Idee immer wieder die gleiche ist und das wird auch niemanden entfachen dazu, die Deutschland-Sammann-Mannschaft wieder mehr zu feiern, mehr zu fühlen oder sich da richtig rein zu versetzen, sage ich mal. Also das stimmt absolut, was du sagst, grundlegend. Und deswegen glaube ich auch, dass es wahrscheinlich nichts mehr wird mit Hansi. Aber man muss trotzdem auch dazu sagen, unabhängig davon, obwohl wir ja diese Art von Fußball spielen, der Dominanz, da müssten wir ja eigentlich hinten total sicher stehen. Aber wir spielen hinten ganz katastrophal, was teilweise auch wirklich daran liegt, du siehst es nicht, jeder zu 100 Prozent in die Zweikämpfe geht und auch nicht konzentriert ist. Ob das jetzt, ich weiß nicht, ob du das 1-0 gesehen hast, ob das das Verhindern der Flanke ist oder dann in der Mitte beim Deckungsverhalten oder beim Dazwischengehen. Und das ist eine Sache, selbst wenn wir dann irgendwann eine neue Spielidee haben, das musst du irgendwie erstmal aus den Spielern rauskriegen. Man hat wirklich immer das Gefühl, das habe ich gestern dann nochmal so gesagt im Stream, also zumindest auf mich wirkt es immer so eine, da ist irgendwie so eine Grundarroganz, die einfach gar nicht, also ich weiß gar nicht, wo die herkommt. So von allen gefühlt, so von den Spielern, von allen, die da arbeiten, es wirkt auf mich einfach irgendwie arrogant und es kommt trotzdem nichts. Also ich sehe nicht, dass da einer sich, ja so wie Phil Krug eben, der dann sich nicht zu schade ist, an der Seitenlinie mal jemanden umzuflexen quasi und das fehlt mir halt total. Und das wird auch, selbst wenn du jetzt einen neuen Trainer holst, unfassbar schwer werden, weil anscheinend die Leute keine Lust mehr haben, aber dann musst du eben, wie du es eben gesagt hast, auch andere Spieler einfach mit einbeziehen. Und ich sage ja da immer wieder, Pascal Groß verstehe ich überhaupt nicht, warum man den nicht schon längst mal nominiert hat. Und ja, die Spielidee ist das eine, aber teilweise auch die Systeme oder wie die Leute dann eingesetzt werden, kann man halt auch teilweise irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Es fängt bei, ob das beim Stürmer ist, bei der Neuen, wen auch immer wieder einsetzen, halbe Neuen, wen auch immer. Auf jeden Fall ist es meistens nicht Phil Krug, dann geht es weiter mit Gündogan, wo der rumgeturnt hat, versteht auch kein Mensch. Das kommt halt alles hinzu. Die Frage ist halt, es gibt halt nicht so unfassbar viele Trainer, die es jetzt gerade machen können. Jetzt ist noch ein Jahr bis zur EM im eigenen Land. Eigentlich müsstest du jetzt so eine krasse Euphorie schon haben und sagen, ey geil, jetzt haben wir nur noch ein paar Testspiele qualifiziert, sind wir eh schon. Man hat einfach nur Schiss, man kann einfach nur sagen, ey, was wäre eigentlich, wenn wir nicht Gastgeber wären von der EM, würden wir wahrscheinlich gar nicht mitmachen dürfen. Wenn wir so spielen, ganz ehrlich, würden wir uns in der Gruppenphase wahrscheinlich nicht durchsetzen, also in der Quali. Wer könnte es jetzt machen, wenn man sich jetzt für einen neuen Trainer entscheidet? Nagelsmann ist natürlich gerade frei, wäre der passend. Vielleicht muss man auch mal über einen Trainer nachdenken, der nicht aus Deutschland kommt. Da sträumen wir uns ja immer so ein bisschen gegen, aber vielleicht wäre das genau das richtige Mal, um auch mal eine andere Mentalität einfach irgendwie reinzubekommen. Ich fände ja irgendwie, wir hatten gestern noch eine Sache, dann kannst du ja mal sagen, ich finde ja irgendwie, wird jetzt nicht passieren, vor allem im jetzigen Zustand nicht, aber ich würde ja Christian Streich richtig gut finden. Alleine, weil man zumindest so diese Hoffnung hat, dass diese selbstgefällige Art, so wie es teilweise halt einfach rüberkommt, die würde zumindest dann erstmal enden. Ja, das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Ich glaube, vom Menschen, also Typ Mensch her, würde ich mir so einen Trainer wünschen wie Baumgart. Das ist ja sowieso so mein derzeit Lieblingstrainer, wenn ich so rumgucke, was es gerade für Trainer gibt. Ich glaube, dass er so oder so mit dem Material arbeitet, was er hat. Ob das wie der Nationalmannschaft-Poste jetzt mal dahingestellt, ich rede jetzt nur so von dieser Art Mensch auch als Trainer. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, auch diese falschen Positionen, auch das mit Havertz, ich fand die Begründung von Fleck, ich habe mir auch vieles im Nachgang gestern nochmal angeguckt. Und als er vor dem Spiel darüber geredet hat, warum er sich für Havertz entschieden hat und nicht für Völkug und dieser Ersatz dann war, ja er gibt uns gerade da mehr. Was gibt er dir denn mehr? Ein Havertz ist ein Spieler, der technisch auf einem hervorragenden Niveau ist, der auch bei Chelsea mal ausgeholfen hat im Sturm, aber der nie richtig überzeugen konnte als fester Stürmer. Er ist jemand, der um einen Stürmer rumspielt, der als hängende Spitze supergeile Spiele schon gemacht hat, der auf der 10 ganz tolle Spiele gemacht hat. Du kannst ihn selbst mal über Außen spielen, wenn du halt einen technischen Part über Außen haben willst. Also, dass du sagst, okay, wir wollen kontrolliert spielen und eben nicht über Tempo gehen, per se nur über Tempo gehen. Aber ihn als Endstation-Spieler zu nehmen, obwohl wir einen festen Mittelstürmer haben, wo wir die ganze Zeit, seit Monaten hat man darüber geredet, wir haben keinen Mittelstürmer. So, Völkug hat jedes Mal diese Mittelstürmerrolle eingenommen und auch erfüllt. Da musst du ihn aber auch spielen wie ein Mittelstürmer. Wir müssen, da sind wir wieder bei diesem Spielstil. Wenn dann die Rolle aber ist, dass selbst bei Völkug nochmal der Ball links und rechts rübergelegt werden soll, dann ist das auch nicht zielführend. Dann ist es egal, welchen Mittelstürmer du da hinstellst. Und du musst natürlich gucken, dass Völkug die letzte Station ist. Dann ist er auch extrem wertvoll für die Nationalmannschaft. Das hat er ja auch schon bewiesen, dass er da dann diesen Torinstinkt hat einfach. Er hat einen Top-Abschluss. ist technisch, aber wenn du den in den Spiel reinentrierst, nicht der, der, sag ich mal, den zehnten Doppelpass auch perfekt anbringt. Das ist er halt nicht. Aber er ist eben der, den du mit Flanken füttern kannst, den du als letzte Station spielen kannst, den du bei Standards gebrochen kannst und der auch einen Ball festmachen kann. Das geht ja auch. Also bei einem schnellen Spiel dann Ball festmachen, die anderen mitnehmen, das geht auch. Aber, ähm, ja, was ich dann auch nicht verstanden habe, ist, Havert und Völkug zusammen haben ja auch gut funktioniert gehabt. Warum macht man überhaupt diese Dose auf, dieses Entweder-Oder? Darf mal ab, dass dann Gündogan auf der Zehn gespielt hat. Wenn ich mir dann das angucke, das verstehe ich dann nicht. Gündogan ist für mich ein technisch hervorragender Spieler, gar keine Frage. Und du kannst im Mittelfeld viel über ihn machen. Aber stell dir doch bitte als Achter auf, also als linker Achter, beziehungsweise halt in der Doppelsechs kannst du ihn auch spielen. Wenn wir auf der Zehn, das ist jetzt die Begründung da, wenn wir auf der Zehn Spieler haben wie Musiala, Wirtz und Havertz. Das sind Spieler, die spielst du auf der Zehn. Dann stellst du doch nicht einen Gündogan, wo wir im Mittelfeld eh Probleme haben, weiter nach vorne. Also das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und da finde ich auch, müsste auch wirklich, ich finde es bemerkenswert und auch cool, wie teilweise auch Flick diese Deckung bekommt. Einfach um so ein bisschen vor diese Sicherheit auszustrahlen. Das finde ich per se immer ganz gut, auch wenn von Spielern das kommt. Völkug hat sich ja auch so vor dem gestellt. Was soll er denn machen? Er hat ihn zur Nationalmannschaft berufen. Er hat ihn zum Nationalspieler gemacht. Natürlich ist er dem dankbar. Natürlich stellt er sich vor ihm. Und natürlich kann er auch nicht ein Völler, nachdem vor ein paar Monaten ein Mann aus der WM ausgeschieden ist. Und dass danach ein riesen Shitstorm ja auch war. Und ey, du musst eigentlich grundlegend was verändern. Du kannst dich ja jetzt nicht dahin stellen und sagen, ja alles klar, dieses Paket machen wir direkt zu. Oder dann da so Kritik äußern. Aber intern, da muss das passieren. Intern muss das aufgearbeitet werden. Da müssen neue Lösungen rein. Und dann zu sagen, vielleicht werden wir den ein oder anderen Spieler bei den nächsten Spielen nicht sehen. Und vielleicht fehlt uns das auch an Qualität. Ey Leute, wenn man da auf die damaligen Jahre, auch erfolgreicheren Jahre, gut, selbst 2-6 hat die Mannschaft mehr Spaß gemacht. Wo du auch ganz andere Spieler, wo du Leute wie Odonko oder sowas dann auch noch dabei hattest. Die hast du genommen per se, weil du wusstest, das kann der. Das kann er alles nicht, aber das kann er. Und dafür setzen wir ihn ein. Da brauchtest du aber keinen Spieler, wo du jetzt sagst, okay, die müssen jetzt bei Real, Chelsea und weiß was ich was sein. Sondern du bist nach Leistung gegangen. Und diese Leistung, das fehlt mir manchmal so ein bisschen. In Verbindung mit Spielstil und Trainer. Und man hat auch das Gefühl, also wirkt einfach von außen so, dass die Spieler auch auf dieses System irgendwie keinen Bock haben. Am Ende ist es voll oft so, wenn, ist dir das schon mal aufgefallen, also nicht erst jetzt dieses Jahr, sondern generell auch unter dieser Hansi-Flick-Phase. Die versuchen immer erst was. Es geht irgendwie jedes Mal in die Hose. Jedes Mal. Und dann ändern sie immer das Spielsystem nochmal. Und dann geht es noch einigermaßen. Und vorher war es dann so, dann hast du halt nochmal gegen Ukraine irgendwie ein 3-3 aufgeholt. Oder gegen andere Gegner hast du es irgendwie noch zum Guten gewendet. Aber jetzt kriegst du es halt gar nicht mehr hin. Und ja, also die Mannschaft wirkt jetzt auch nicht gerade auf mich so, als du das gerade gesagt hast. Wirkt auf mich jetzt auch nicht gerade so, als ob die Spieler sehr traurig darüber wären, wenn sie nicht nominiert wären. Also ich glaube nicht mal, dass es für manche Leute so eine krasse Bestrafung wäre. Und das ist halt die Problematik. Ich will es auch gar nicht alles auf Hansi-Flick schieben. Ich muss wirklich auch sagen, ich bin vor allem eben auch von den Spielern teilweise enttäuscht. Weil natürlich, dieses System funktioniert vielleicht nicht. Aber so wenig Leidenschaft mit reinzubringen. Und manche siehst du ja dann eben, die diese Leidenschaft mit reinbringen. Die noch richtig Lust haben. Nämlich die, die noch nicht so viele Länderspieler auf dem Buckel haben. Das finde ich, kann man dann auch nicht immer nur auf den Trainer schieben. Vor allem, wenn er sie so selten im Januar hat. Aber ja, es funktioniert halt hinten und vorne nichts einfach bei der Nationalelf. Nee, und da sind wir ja wieder bei diesem Thema. Ich kann dann auch verstehen, wenn man sagt, ey, Sommerpause für die einen oder anderen Spieler macht das wenig Sinn, die überhaupt mitzunehmen. Dann nimm halt komplett andere mit. Ist ja kein Thema, weil diese Testspiele jetzt gerade, die sind ja so, was bringen die denn jetzt für die EM? Also was haben diese Spiele jetzt für eine Aussagekraft für die EM? So, es ist einfach nur vom Feeling. Du würdest gerne diese Sieg-Serie mitnehmen, diese Entdeckungen, das und das funktioniert. Und von Sieg zu Sieg, natürlich stärkst du damit auch Mentalität, ist ja auch klar. Aber wenn du sowieso probieren willst, also das ja im Vordergrund, wenn das eh das ist, was in diesen Spielen gemacht werden sollte, dann hättest du halt auch grundsätzlich andere Spieler mitnehmen können. Und das wurde halt nicht gemacht. Und das ist halt so, ich sag ja, manchmal denke ich mir so, ich glaube, da fehlt auch einfach so ein Stück weit diese Idee oder dieses Weitgedachte dann. Was man halt auch sagen muss, ist halt wirklich vom Fußball im Allgemeinen, also in diesem Kommerz sind wir ja dann auch wieder drinnen, dass jetzt ja die Spiele sind, das ist ja auch irgendwo alles im Ursprung eigentlich nur aus diesen kommerziellen Zwecken. Weil die Fußballer, die brauchen dann eben auch wirklich diese Pause. Und Zweitligastart zum Beispiel ist ja bald schon Bundesligastart Anfang Juli. Also diese Pause, denen dann zu nehmen in dem Fall, auch wenn die dann verlängert oder sonst was ist, trotzdem kommst du da völlig durcheinander. Weiß ich auch nicht, ob das so allgemein das Richtigste ist. Also ja, das wird halt irgendwie immer voller gepackt, so vom Fußball. Als reinen Fan da sein kann man ja sagen, das ist doch schön, hast du mehr Spiele. Aber wenn man da ein bisschen weiterdenkt und dann überlegt, wie die teilweise auf den Zahnfleisch gehen und das merkst du dann manchmal auch mental, dass die dann einfach, wow, ist halt dann so, ist das schon hart. Was ich auch krass fand, was ich aber auch gut fand, war, ich glaube, Gündogan war es, der es gesagt hat, dass die jetzt Pfiffe sind, kann man auch verstehen und das ist auch okay. Okay, also das fand ich dann auch gut, diese Selbsteinschätzung dann auch zu hören. Die Frage ist halt trotzdem, das sehe ich ja auch absolut genauso, das hatte ich ja auch gestern angebracht, dass diese Ansetzungen für mich einfach völlig sinnfrei sind, vor allem wenn du nächstes Jahr wieder eine EM hast und das jetzt immer so machst, aber die Frage ist halt wirklich, warum gehen die anderen Nationalmannschaften es mit mehr Leidenschaft an? Was machen die anders? Gut, die lassen dann teilweise auch mal andere Leute spielen, aber warum sind die so gefühlt viel motivierter drauf? Ich weiß es nicht. Das ist ja allgemein irgendwie so ein Bild geworden, also bei der deutschen Nationalmannschaft musst du gefühlt auch so ein Stück weit dafür kämpfen, dass da so diese Euphorie ja auch entfacht, aber auf der anderen Seite, wenn du so Spiele hast, ist das halt auch geisteskrank. Klar, du hast wie gesagt auch Länder, wo grundsätzlich von der ersten Minute an mehr Support da ist, das stimmt auf jeden Fall, ist klar, aber wie gesagt, ich glaube, man ist da auch bei der Nationalmannschaft mit sehr vielen Sachen aktuell sehr unzufrieden und ja, das sollte man jetzt vielleicht halt wirklich auch mal zulassen und eben nicht nur so von oben herab immer wegdiskutieren, auch dieses Absprechen von Qualität und da gibt es die einen oder anderen, die werden wir gar nicht mehr sehen bei den nächsten Nationalmannschaften, also bei den nächsten Spielen, wo ich mir so denke, ja, aber du kannst da noch so viel tauschen, du kannst da noch so viel machen, wenn, wie gesagt, die Art und Weise, wie wir spielen, dieselbe bleibt, es wird sich nichts verändern, gar nichts und ja, da bin ich gespannt, wie man damit umgehen wird, das wird, denke ich mal, auf jeden Fall ein Riesenthema jetzt auch noch werden. Das, äh, tja, ich weiß dafür ehrlich gesagt keine Lösung, ich habe im Moment nicht so das Gefühl, vielleicht, wie gesagt, mal mit einem neuen Trainer, wir hatten ja schon kurz, was für eine Art Trainer das sein sollte, was sagst du denn generell zu einem ausländischen Trainer, das hatte ich ja vorher noch gefragt. Ja, also ich glaube erstmal, die nahelegendste Lösung wäre für mich tatsächlich erstmal bei Nagelsmann anzufragen, man kann jetzt halten von ihm, was man will, aber dieses emotionale, dieses schnelle Spiel auch nach vorne, was er auch bei Leipzig damit schon bewiesen hat, dass er das kann, das würde, glaube ich, vom Grundlegenden her guttun, auch der Nationalmannschaft, mit Ciampo nach vorne zu stoßen und auch so ein bisschen emotionaler als Bundestrainer, ich finde nicht, dass wir immer einen haben müssen, der halt verschränkt da steht und sagt, ja, weiß ich nicht, das muss, ich weiß, dass man sowas irgendwie bevorzugt und, ne, hast du ja auch besser zur Kontrolle, ruhig, gelassen, so auf einer Linie, ne, aber ich glaube manchmal, ähm, finde ich persönlich dieses Emotionale, dieses Mitgehen auch viel, viel geiler und so gewinnst du halt auch Herzen der Fans, äh, also mit, äh, einfach diesen Mitreißenden. Äh, ich sag ja, also Nagelsmann für mich die naheliegendste, äh, Lösung, Klopp ebenso, das wären so meine zwei, ne, so wo ich so sage, ja, wenn die das, ob die das jetzt wollen, sei jetzt mal dahingestellt, ne, Nagelsmann wahrscheinlich zu jung und Klopp, weiß nicht, ob er das machen würde, aber auch ausländischen Trainer, ich hätte da gar kein Problem mit, ich muss nicht unbedingt einen deutschen Bundestrainer haben, ähm, von mir aus auch das, wenn der das reinkriegt und das wieder hinkriegt, was wir uns alle so erhoffen und diesen Spielstil irgendwie grundlegend verändert, dann auch gerne einen ausländischen Trainer, ähm, für mich da gar kein Problem, ich weiß nicht, ob das so in Betracht dann gezogen wird von den Oberen, also von Völler Co., aber, ähm, grundlegend hätte ich damit kein Problem. Wir wissen ja auch immer nicht, ähm, wir wissen jetzt, wie ein Hansi Flick wirkt auf einer Pressekonferenz oder in den Interviews nach und vor dem Spiel, aber wir wissen ja nicht, wie er in der Kabine ist, kann ja sein, dass er da komplett austickt und so, aber man hat's wirklich, man, also von unserer Sicht aus hat man's wirklich schwer, sich vorzustellen, dass der, man sieht's ja auch, die Mannschaft ist ja anscheinend nicht mega motiviert, die kämpfen ja nicht um alles, die sind ja nicht so, dass sie auf dem Platz sind und sagen, boah, ey, ich bin so, ähm, angezündet hier, ich will hier alles reinwerfen, ist ja anscheinend nicht der Fall, und wenn's intrinsisch nicht vorhanden ist, dann kann's halt manchmal durch die Art von einem Trainer auch geweckt werden und wie du schon sagst, manchmal ist vielleicht der besonnene Trainer auch cool, so in der Außenwirkung und so weiter, wenn alles läuft, dann ist es ja auch kein Problem, ne, aber gerade in so einer Phase, wo du das Gefühl hast, die sind alle nicht wach, die sind alle nur so auf, ähm, wie nennt man das ja, auf Stand-by-Betrieb unterwegs, da würde man sich wirklich so einen Trainer wünschen, der komplett eskaliert und auch klar, ähm, und auch vielleicht mal laut wird, ja, dann, ja, mal gucken, aber ich glaub leider, dass, äh, also Klopp sowieso jetzt nicht, solange nicht bei Liverpool irgendwas passiert, also zumindest jetzt auf jeden Fall auch nicht, Nagelsmann wäre jetzt halt frei, in einem Jahr ist es ja dann soweit mit der EM, ich weiß nicht, wer auf dem Trainermarkt sonst noch in Frage kommen würde, das wird wahrscheinlich auch eine Problematik für sie sein, dass sie gerade nicht so die Alternativen sehen, aber deswegen einfach weiterzumachen, ist für mich auch immer keine Alternative für mich, sich beim Vereinsfußball ja genauso, nur weil ich sage, es ist gerade schwer, irgendjemand anderen, irgendeine andere Lösung zu finden, kann ich ja nicht an was festhalten, was überhaupt nicht funktioniert. Absolut, also da, äh, da muss Veränderung, wie gesagt, her, in welchem Sinne, das sei jetzt mal dahingestellt, auch wenn Trainer für mich auch irgendwo, ähm, der logische Schritt eigentlich wäre, war schon in der Vergangenheit eigentlich der Schritt, den ich, wo ich gedacht hätte, okay, äh, müsste eigentlich gemacht werden, aber, äh, man hat sich dafür entschieden, das ist, es geht nicht gut, es ist offensichtlich, dass das nicht klappt, wofür man sich gerade entschieden hat und jetzt muss man sich zusammensetzen, das Ganze neu diskutieren, schauen, wer ist auf dem Markt auch, wollen wir mit Flick weitermachen, wenn ja, wie, auch mit ihm da nochmal reden und dann jedenfalls auch mit einem anderen Kandidaten reden, wie zum Beispiel Nagelsmann wäre, könnte er sich das überhaupt vorstellen, etc. äh, ist, wie gesagt, ein sehr junger Trainer ja auch noch, aber, das wäre natürlich für seine Vita auch ein Riesensprung, also, das wäre, zack, 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 hätte er jedes Mal einen Aufstieg gemacht ähm, und du könntest halt, hat ja auch einen Vorteil, dass er jung ist, du könntest sehr lange mit ihm planen, also, ähm, ja, wenn er da erfolgreich ist, dann könnte das auch ein sehr, sehr langjähriger Bundestrainer werden, also, wenn er das sehr lange machen will, die Gehaltsstruktur ist natürlich auch nochmal ein krasser, du hast mehr, wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, würde ich schon so einschätzen, aber die Gehälter sind natürlich schon auch ein krasser Unterschied zu dem, was mittlerweile Top-Trainer international verdienen, gerade irgendwie in England oder so, ne? Ja, das kann gut sein, aber ich glaube, ich, also, ich, prinzipiell, wenn du einmal für die Nationalmannschaft da Trainer bist, da hast du so viele, äh, Bonussachen, über die du dir ja gar keinen Kopf mehr machen musst, und, ähm, ja, ich glaube, also, aus der finanziellen Struktur heraus, glaube ich schon, dass man da, äh, sich nicht so Gedanken machen müsste, jetzt auch bei Nagelsmann oder sonst wen, ich glaube, dass man da auf jeden Fall Lösungen hat, die viel eherere Frage ist halt, könnte er sich das mit diesen jungen Jahren vorstellen, von Vereinsebene eben wegzugehen und dann, ähm, Bundestrainer zu werden, weil da ja dann auch immer die Frage ist, findest du danach wieder einen Vereinsjob auch, ne? Das ist ja dann auch immer so ein Thema, aber das muss man so dahingestellt erstmal lassen, sag ich mal. Also, finanziell muss man mal gucken, ich glaube, Klopp soll ja geschätzt irgendwie um die 20 Millionen verdienen, also, das ist aber sehr, sehr weit entfernt von dem, was zum Beispiel Löw oder Flick verdienen, also, da sind auch unterschiedliche Zahlen immer, ähm, im Umlauf, klar, die haben dann auch noch Werbedeals und so weiter, aber haben sie ja bei den Vereins, äh, Clubs auch, ähm, ja, ich bin gespannt, also, ich würde es auch so sehen, Nagelsmann würde ich auch ausprobieren, es gibt ja sehr, sehr viele, die ihn ganz, ganz unsympathisch finden, kann ja auch sein, aber vielleicht kann der auf jeden Fall was wecken oder in den jungen Leuten nochmal das Feuer einfangen, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas muss man da ausprobieren, also, ich sehe schwarz für die EM, sag ich ganz ehrlich, dass wir da die Vorrunde überstehen, also, so würden wir uns normalerweise nicht mal qualifizieren. Ja, aktuell auf jeden Fall, da muss Veränderung her. Ja, in diesem Sinne, tja, so ist es, jetzt, äh, haben wir aber erstmal auch ein bisschen Ruhe von der Nationalelf, und, äh, morgen machen wir dann, würde ich sagen, weil wir das ja heute jetzt nicht geschafft haben, ein XXL-Transfer-News-Video, was sagst du denn? Richtig, auf jeden Fall, machen wir, und ich hoffe, dass euch auch dieses Video gefallen hat, zur Nationalmannschaft, checkt gerne den Zwei-Stunden-Talk noch aus, da habt ihr ja auch extrem viel zu gucken, und natürlich auch unsere Einzelkanäle, hier gerne ein Deutsch da oben da lassen, Abo da lassen, und ja. Und gerne eure Meinung dazu rein, vielleicht habt ihr ja auch einen Trainer wohl sagt, der ist gerade frei, der würde super passen, äh, nach Deutschland, gerne mal, äh, gerne mal eure Vorschläge da rein. In diesem Sinne macht's gut, bis morgen, und ciao. Ciao, ciao.